Große Sorge um Elena Miras Seit Monaten kämpft der Reality-Star mit seiner Gesundheit. Neben anhaltenden Magenproblemen leidet die 31-Jährige unter anderem an einer chronischen Schmerzerkrankung. Die gesundheitlichen Beschwerden, aber auch die Renovierung ihres Hauses setzen Elena anscheinend sehr zu. Im Netz gibt sie jetzt zu, dass sie ungewollt abgenommen hat. Ich habe mich selber so vernachlässigt und habe die Signale, die mein Körper mir gesendet hat, nicht wahrgenommen und habe einfach so weitergemacht. Ich wiege einfach 44 Kilo, das ist einfach ein Kindergewicht für meine Größe. Umso mehr hofft die Ex von Mike Heiter jetzt wieder zuzunehmen. Doch auch das ist für sie alles andere als einfach. Ich esse mehr, aber ich habe so Magenschmerzen, wenn ich esse. Ich muss das alles sehr langsam angehen. Bleibt zu hoffen, dass Elena bald auf dem Weg der Besserung ist.